Psst, kennen Sie die Faszination des Bietens bei der schwäbischen Auktion? Wenn Sie einen Moment innehalten, weil ein einmaliges Kauferlebnis von Ihnen Besitz ergreift. Es macht Klick und Sie sind dabei. Sehen Sie all die Rabatte? Und wenn Sie das für sich behalten, dann sind nur wir beide bei der Auktion und holen uns die besten Schnäppchen. Sollen die anderen doch leer ausgehen. Die Faszination des Bietens gehört uns. Die Online-Auktion der schwäbischen Zeitung ist zurück. Jetzt registrieren auf www.schwäbische.de slash Auktion